Ja, Sie sind hier genau richtig. 19 Uhr am 13.02. Bitte aktuelle Kamera gucken. 19 Uhr. Wir haben die wunderbaren Themen wie die Bundespräsidentenwahl. Mal sehen, wer das Rennen macht. So spannend war es noch nie. Ja, ob Urang-Utan oder doch der Bundesuhu. Also spannender geht es nicht. Und es ist ja, der Souverän wählt ja diesmal den, den Sie unbedingt haben wollen. Wir beschäftigen uns in der aktuellen Kamera natürlich mit dem 13. Februar, die Bombardierung Dresdens. Und ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, es hängt ja alles mit allem zusammen, NATO soll ökologischer werden. Also bitte, hier bleibt kein Auge trocken. Gucken Sie rein. 19 Uhr. Aktuelle Kamera. Sonntag. 13.02.